Bro, du weißt, alles, was du jetzt sagst, wird gegen dich verwendet. Ich hab nichts zu verbergen, Bruder. So, Leute, das Wichtigste ist eigentlich, dass man bei den Turnier-Videos, und besonders bei mir, ich hab noch nie, wir scheißen einfach drauf, dass da eine Kamera ist. Eigentlich spielen wir nur einfach zusammen so ein Trinkspiel. Meinst du, welche Kamera? Ich weiß auch nicht, was du meinst. Das sehe ich auch nicht. Äh, die da! Danke, Lina. Okay, dann lass uns das mal aufrechen. Was für Mischungen machen wir denn so? Oder ein bisschen mehr? Brauchen wir die Scheiße. Komm, wir machen mal jetzt so richtig, oder? Ja, schon mal ein bisschen heute, ne? Das ist eigentlich schon heftig. Das ist das Tattoo, ne? Machst du morgen Tattoos, Digga? Ja, ja. Ganz ehrlich, wir hätten einfach die Sachen dürfen den Tag zu füllen. Pass mal, Digga. Oh, die Flasche ist schon fast leer, Leute. Boah, das ist wirklich abartig. Boah, Digga. Neil, du bist gesicht. Hey, passt doch, Digga. Neil kann noch ein bisschen mehr. Also, er hat so richtig viel Kochwasser. Das war ganz wichtig, guck mal, Mann. Wie durch die Scheiße ist das, Alter. Shit. Erstmal machen wir so eine normale Begrüßung, ne? Wir sagen so, ich sehe so runter, drei, zwei, eins. Dann machen wir alle, yo, oder so. Ist okay? Und dann sagen wir, dann sage ich, willkommen zu einem neuen To. Dann sagt er, Mia. Und ihr müsst sagen, Video. Also, ihr drei sagt dann so, Video. Drei, zwei, eins. Video. Was geht? Und willkommen zu einem neuen To. Ja. Video. Leute, heute haben wir ganz besondere Gäste am Start. Und zwar, ganz zu Anfang, zu der Linken. Yoshi, mein Cousin. Genau, machen wir so eine Vorstellungsdings wieder. Dein Cousin? Ja. Krass, Alter. Ihr seht euch gar nicht in. Du musst jetzt einfach so eine Pose machen, irgendwas Cooles. Oh, fuck. Und dann bearbeiten wir das so, dass es nicht cringe wirkt. Dann fängt Yoshi an mit der Pose. Du musst eine Pose einfach in die Kamera machen. Dann machen wir ihn. Yoshi, ein dunkler Magier, der mit seinem Zauberstab in den dunkelsten Höhlen kämpft, um den Zauberwald zu retten. Cool. Dann haben wir Denergy. Hallo, achso. Der echte Denergy. Ich bin's. Und jetzt Pose? Denergy, bekannt als krasseste Tonyer-Fahn überhaupt. Wenn ihr noch nie eure Mutter gefickt habt, dann schiebt einen Daumen nach oben. Auch bekannt für seine Musik, wie den Fortnite-Song auf der Gamescom. Ich will Minecraft spielen. Minecraft, Minecraft spielen. Und dann zu allerletzt, aber trotzdem nicht vergessen, Ruffy. Man ist der Mondnebel. Wach. Na, wer erinnert sich noch an dieses Video? Um wen könnte es da wohl gehen? HMM. Also wenn ich so wäre, würde ich da nachher nochmal reinschauen. Und Tony. Ja. Und natürlich auch noch Nia. So Leute, wir haben uns heute hier versammelt für eine neue Runde. Ich hab noch nie. Die Drinks sind schon wieder bereit. Und natürlich, Leute, wir haben das nicht übersehen. Überall habt ihr geschrieben. Ich hab noch nie. Spiel wieder. Ich hab noch nie. Noch eine Runde. Ich hab noch nie. Und hier sind wir, Leute. Ich muss sagen, dass diese Folge für mich etwas sehr Besonderes ist, weil ganz besondere Menschen heute für mich dabei sind. Sehr, Menschen, die ich sehr, sehr doll liebe. Und Denergy. Ich merk schon, dass heute eine sehr gute Runde wird. Ich hab denen nur so lange vorwurte. Ich weiß. Ich hab da reingesessen. So abends so. Oh yeah. Ihr kennt das Spiel. Wir brauchen es nicht nochmal zu erklären. Ich fange gleich an, Fragen vorzulesen. Falls ihr irgendwelche Ideen für Fragen habt, könnt ihr sie auch droppen. Außerdem haben wir euch auf Twitter gefragt. Nach neuen Fragen an dieser Stelle. Oder ist gar nicht mein Handy. An dieser Stelle folgt mir auf Twitter. Wir fangen ganz normal erstmal so an. Was ist denn ganz normal? Damit man das Spiel versteht, machen wir einfach eine Testrunde. Ich habe noch nie gefickt. Ah, scheiße. So, ich glaub, ihr seid jeder das Spiel verstanden. Ich kenn schon deine berüchtigten Fragen, Toni. Was wird bei dir? Was wird bei dir? Was wird bei dir? Mia? Hä? Mia Fake. Nein, ich hab's mit Strafschuss. Hört auf. Strafschuss. Was für Strafschuss? Kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar kommt die von Twitter von Snowy Piroza. Sie fragt. Ich habe noch nie den Partner mit dem Namen meines Ex-Freundes, meiner Ex-Freundin angesprochen. Warte mal. Hat man den Namen des Ex-Freundes? Wenn man den Partner hatte, dann aus Versehen den Namen des Ex-Partners gesagt. Das ist mir, glaub ich, schon passiert. Boah, das, was einfach passiert ist, ist, dass meine Eltern das gemacht haben. Ja, das passiert so. Und das, also jetzt auch nicht, also vor mir und ich finde das richtig unangenehm. Das ist übelst unangenehm. Meine Mutter macht das immer, ich hab dann, ich hab dann auch mal irgendwie, irgendwann aufgehört, meine Freundin zu meiner Mutter mitzubringen, ne? Weil meine Mutter das nie gebacken bekommen hat. Mama, krieg das mal auf die Reihe. Wenn ich meine Freundin rufbringe, dann muss er auch mal hier, ja. Das hatte ich aber auch mal. Da war ich von meiner Ex, die war noch am Schlafen, wir waren beide am Schlafen und dann war die Mutter da und die wollte mich rufen. Und hat dann den Namen vom Ex berufen. Aber ich hab das jetzt nicht ganz schlimm gesehen. Mein Vater hat es anders gemacht. Er hat von meinem Bruder die Ex mehr als meine Freundin das gesagt. Okay, ist auch nicht wirklich. Das ist Ex-Tremann, ja. Er hat so die Freundin gar nicht gecheckt, das war so von meinem Bruder. Ich habe noch nie meinen Partner oder in dem Fall meine Geliebte oder meinen Geliebten dazu gebracht, mich so zu nennen wie zum Beispiel Daddy oder andere Wörter, die so in diese Richtung gehen. Also aktuelle oder? Überhaupt, jemals einen Partner oder mit der, also so richtig gezwungen, so gesagt, nenn mich so. Nein, oder so dazu gebracht, so dass sie das so gemacht hat oder eher. Also ich habe es eher gemocht, wie sie es gesagt hat, aber nicht so gesagt, ey ich mag das, wenn du das tust. Ja, aber so, ich würde so sagen, man pusht das ja schon automatisch so, weißt du, was ich meine dann? Und wie wurdest du so genannt? Nenn mich Sasuke. Weißt du, Sasuke wäre krass, Digga. Und du nur so, Motto, ne, 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 ne. Das war halt lange her, ich war jung, sie hat so Papi gesagt, das war so in der Latina. Das ist irgendwie nice. Ja, Papi ist schon kreisig, ja. Guck mal, wer will nicht Papi genannt werden? Alle in den Kommentaren jetzt so, ih, du Ekliger. Scheiße, die erste Sache ist schon rausgekommen. Wir haben an dieser Stelle eine neue Kategorie eingeführt. Und zwar funktioniert diese Kategorie so, dass wir gleich ein Glücksrad drehen. Das wählt einen von uns aus und der hat die Möglichkeit, etwas ganz Besonderes auszuwählen. Und zwar kann er frei verteilen, wer einen Schluck nehmen muss, beziehungsweise zwei, drei Schlücke. Die Kategorie heißt Fühlen. Wenn man diese Kategorie besteht, dann darf man auswählen, wer aus dieser Runde als nächstes zwei Schlücke nehmen muss. Oh, okay, krass. Okay. Also wenn er nicht trinken würde bei der nächsten Sache, dann könnte man sagen, trink trotzdem. Genau, genau. Du kannst einfach frei verteilen, zweimal. Aber nur einer von uns hat die Möglichkeit, das hier auch zu gewinnen. Deswegen drehen wir an dieser Stelle mal das Glücksrad. Oh, es ist Danogy, cool. Super. Danogy, hier hast du die Maske. Du kriegst jetzt gleich Gegenstände in die Hand. Du Mixer. Okay, so. Nicht verhinken hier mit der Brille. Ach ja, ich hab mir meine Brille noch drauf. Die gehört schon zu meinem Grandpa, deswegen hab ich's vergessen. So, du kriegst jetzt gleich Gegenstände in die Hand. Okay. Drei Stück sind das. Aber ich seh hier unten ein bisschen was. Ja, da musst du Augen zulassen einfach. Jetzt echt nicht. Das ist so ein Trick. Wir kommen zum ersten Gegenstand. Hier einmal fühlt dich komplett. Warte mal, erleben's mit, worum geht's? Das sagen wir mal. Das kann alles mögliche sein. Oh nein. Was ist es denn? So. Bist du bereit? Käfer. Hör auf, ich hab echt ne Phobie dagegen. Ja, es ist sowas nicht. Sowas haben wir gemacht. Aber nicht so schnell wegzuholen. Okay, okay, aber ist es haarig? Machst du Augen zu? Nein, es ist nicht Nier's Schwanz, Spaß. Ohohohoho. Das wäre so weird, wenn's Nier's Schwanz wäre, aber links neben mir. Bist du jetzt bereit? Ja. No, no shame. Er fühlt, kannst du mit beide Hände nehmen. Was ist das? Scheiße? Ne, fühlt auch mit beiden Händen. Soll ich entscheiden, was ist es? Ja, weißt du schon? Ja, easy. Was denn? Kerze. Ja, richtig, richtig. Eins von drei, bis jetzt hast du schon richtig. Ah, ich muss zwei noch erraten. Ja, zwei musst du jetzt noch. Und ich dachte anscheinend jetzt zweitig, ne? Boah, ich weiß genau, weil es einträgt. Als nächstes. Mecha-Schokolade. Ohohohoho. Welche Sorte? Ähm, Oreo. Nein. Aber jetzt? Überleg, das kriegst du nicht hin. Stratzer-Teller mit ein bisschen Erdnussbutter-Spaß. Okay, war richtig. Das wäre ewig. Starfe Schokolade war richtig. Und jetzt kommen wir zum letzten Gegenstand. Ja, mhm. Ihhh. Äh. Äh. Fühlen richtig? Mit Beikern zu ruhig ein Bein. Oder was für Spielchen hast du hier zu Hause? Ich will jetzt, da kann man reingehen, ne? Ich will da nicht reingehen. Warte mal kurz, was ist das? Was ist? Ha! Hey, trau dich doch. Hast du Angst? Der macht's vielleicht. Der hat auch an sowas zu denken. Hey. Können wir rein ditten? Ich weiß es nicht. Das ist so ein Spielzeug. Ist das ein Sexspielzeug? Ja. Ich kenn sowas nicht. Okay, okay. Willst du... Kann ich einen Joker einsetzen? Ja, du warst schon mal richtig mit Sexspielzeug. Aber was steckt man da wohl rein? Das ist ein Penis. Richtig. Das ist eine Taschenmuschi. In I-Form. Du kannst die Brille wieder abnehmen. Hat das jemand benutzt von euch? Weiß ich nicht. Nea hast du schon? Ne. Ach, mein Gott. Also, ich glaube, ich hab das auch noch nicht gemacht. Aber Sexspielzeug gehört dazu, oder? Ja, du hast gewonnen. Ja! Du hast geabt. Woohoo! Demoji, ja! Ja! Warte mal kurz, ich darf jetzt entscheiden, wer zwei trinkt. Ja. Da warte, stopp. Du kannst dich natürlich auch aufbewahren und für einen bösen Moment dann sagen, wenn einer schon einen Schluck nimmt, oh, nehm noch zwei hinterher. Weißt du was? Ich mach's noch spannend und äh, ich behalte ihn hier drin. Sehr gut, sehr gut. Übrigens. Du hast bald benutzt. Ja? Äh, das hast du auch gewonnen. Echt? Ja. Oh, perfekt zu meiner Größe auch. Super. Ist diese Aussage wahr? Ja. Ich habe noch nie sexuelle Fantasien mit den anwesenden Leuten hier gehabt. Die Leute, die das Spiel mitspielen. Was heißt sexuelle Fantasie? Ich kann in jede Richtung eigentlich gehen. Was? Das ist ja wirklich nicht da. Man muss ja auch, wie man das formuliert. Leute, Leute, sind wir mal ehrlich. Sind wir mal ehrlich? In der Lüge, Lüge, Lüge. Äh? Als ob ihr noch nie drüber nachgedacht habt. Bin du jetzt so schlapp? So Dreier oder so. Ja, das ist halt das Ding. Ja, deswegen trinke ich ja. Ja, okay. Ist nicht? Family-friendly content approved. Wir kommen jetzt zu einer weiteren neuen Kategorie. Und diese Kategorie heißt Schnick, Schnack, Schnuck. Wir spielen alle Schnick, Schnack, Schnuck. Der Verlierer muss drei Schlücke nehmen. Ja. Kein Brunnen? Nein, kein Komet, kein... Ich nehme Papier. Bereit? Schnick, Schnack, Schnuck. Okay, warte, stopp. Ja, die ficken uns alle. Wir drei müssen uns. Okay, ihr beide seid schon raus. Warte, warte, warte. Stopp. Und Schnick, Schnack, Schnuck. Oh. Oh. Eine Gebäude. Nochmal. Schnick, Schnack, Schnuck. Oh. Ja. Was? Ja, da waren wir drei große Schlücke, ne? Wir haben eine richtig große Schlücke. Nein. Nein, das war ein Drei. Eins. Fakeschluck. Ja, ich habe ihn ausgespuckt. Also, schon mindestens noch eins. Oh. Was für böse Geschäfte hier hinter mir loben. Was in der nächsten Folge passieren wird? Das ist kein Spaß mehr, ich glaube ich rufe den Krankenwagen. Entschuldigung, wir bräuchten den Krankenwagen zur... Ja, du schaffst es. Bis zum nächsten Mal.